Wunder und guten Tag, Freunde der Nacht und Freunde der Augenhänge. Hier sind wir wieder bei LS2013 und unserem Projekt... unserem Projekt... Projekt, Projekt... Projekt, Projekt, Projekt... Projekt... Projekt, Projekt... Nilo, Projekt... Möd und Projekt... Edcrafter, bitte Hallo sagen. Jetzt. Hallo. Jetzt schweigen. Jawohl, schweigen. Befehl wird ausgeführt. nicht mehr schnell er war jetzt waren wir einmal durch Minuten alle mal Sintagskonten nicht gefunden kann er wird heute werde ich mal das abfahren übernehmen mal gucken ob ich das besser kann wie die Müll ich mache heute nochmal eine Fake Folge hier mit der Seemachchine ich weiß nicht ob das besser kann als gestern Ne also das Fahren kann ich heute auf jeden Fall nicht besser wo bist du denn Ed? 15 hat da hinten wurde komm ich da mal hin Schneidwerkzusammelklappen X ich bin grad düngen düngen sie ist düngen düngen damit es sprießt wächst und gedeiht wachset und gedeiht meine lieben wachset vor euch hin vermehren ja nur eine Runde mal liebet und vermehren euch dann mach ich ja doch nur eine Runde mal so lang bringt uns Sklaven und brauche ich nicht nicht spenden Geld 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 regiert die Welt das alles und noch viel mehr würd ich machen wenn ich König von Deutschland wär das ist ja langweilig stürzt die Merkel dann hast stürzt die Merkel stürzt die Merkel stürzt die Merkel kannst du König von Deutschland werden Herr Merkel begrüßen sie Gibt es eigentlich einen Herrn Merkel Wo wart ihr denn ey nur die Frau Merkel mir kommt vor die Merkel ich will jetzt nichts Falsches sagen aber die sieht irgendwie so ein bisschen wenn es sich mal so angezogen ist wie so ne ne Feministin wie so ne die hat so ein Moment hier aus die hat so Anzüge an die hat so die Hände am Arm und die hat so die Füße am Bein hat so den Kopf auf dem Hals keine Ahnung wie der für den Kleid irgendwie doof aussehen ja ich find's auch komisch keine Ahnung ich weiß es nicht ich beschäftige mich ehrlich gesagt wahrscheinlich viel zu wenig mit Politik ich kenn mich schon ein bisschen aus aber ich beschäftige mich wahrscheinlich viel zu wenig damit um da irgendwie naja wir sind eigentlich interessiert nur so kannst du halt nicht König werden gell mhm du musst schon wissen wie du den Merkel stürzen kannst im Dschungel musst du ja auch musst dich ja auch mit den Dieren auseinandersetzen ja so wenn du König werden kannst ich würde da so ich würde im Dschungel hier so dicke fette Engerlinge fressen oder Schafsgehirn dickes Känguru Eier und Elefantenpimmel und ich würde da alles essen Buschhirsch Schwimmel mussten die letztes essen und Skorpione und Rinderaugen mhm ich würd mir alles hören ich würd mir alles verhentern wieso wackelst du die ganze Zeit so mit dem Ablade-Ding hin und her Schwerfti Maus auf ab ja wieso du das machst wie das geht weiß ich auch aber da will dich ärgern genau ja ja das würde ich jetzt auch mal sagen nix da weiterfahren Alter hier steht hier steht noch immer ein Ball ich hab bitte einer mit dem Golfkart her komm wir den Ball hol mit dem Golfkart Golfkart ja mit dem Golfkart ja hinten auf die Ladeflere rauf jaa wir sind nur ein Ball bei meiner tollen Wendeaktion ist hier noch da steht da noch was die manchmal schnell weg hier da steht noch was ja ja ich hab ja hier vorhin versucht weil dort steht einer so dazu bald hier nicht oder was doch ey ab und zu mal ich die dicken Hänger wenn ich die dicken Hänger hier seh Junge dann da kommt's ordentlich hoch da geht der mich schon fast flöten naja so hab ich mir doch fast gedacht hahaha so hat er neidelt das gern so neid ich das da kommt unser Schwerflug was haltet ihr denn eigentlich von dem neuen Autosimulator da rausgekommen ist der Autowerkstätten Simulator das ist bestimmt ganz lustig also hab ich mir nur mal angeguckt aber hab ich noch nicht wirklich keine Ahnung hab ich Glück hier reingeschaut ne ja reingeschaut noch nicht ne heißt halt jetzt fahr ich auch nachts immer schön mit Licht weil bei mir hatte sich da jemand ja beschwert hatte sich nett aber hatte gesagt dass wenns dunkel ist er nix sieht das meinst du in Minecraft ja da muss ich ihm sogar recht geben war das in Minecraft? ich hab da kurz bei dir dann reingeschaut ne das war in LS ne das war nicht in Minecraft da hab ich in Minecraft noch nicht angefangen also hast du Glück gehabt das war in LS das vielleicht die Zeit runter ist Vettel ja ja Schnauze geht automatisch runter ja es soll heute hageln da kannst du halt nicht dreschen ja geht eh automatisch runter schön mittig rein da ja jetzt haben wir das weg bringen dann haben wir doch schon mal ein bisschen was an Kohle wieder mhm wahrscheinlich hoffen wir mal wo ist eigentlich die Möd ich bin Dingern auf der 12 ja dann komm ich zu dir und helf dir mal ach nö ohne dich gehts viel besser gerade ach glaub ich nicht glaub ich nicht wieso ist hier ganz ordentlich nichts ist stehen geblieben ja das war davon muss ich mich gleich mal erst mal überzeugen soll ich dem dich doch schon macht schon recht ordentlich was habt ihr denn eigentlich angesät oder was ich ihn gerade am ansäen wir sind gerade am ernten ja halt bei feld 12 wer den helfer eingestellt hat raps glaub ich war da ach komm dirke nehmen wir mit raps 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 das war sein letztes wort da trugen ihn die englein fort geht sich das aus ja das geht sich aus leise pieselt das Reh gelbe Spuren in den Schnee den kleinen Engels und die vielen kleinen Engels oh also in meinen Rückspiegel habe ich gerade einen wunderschönen Sonnenaufgang ich habe den Rückspiegel noch dazu ich gucke hier gerade auf schöne Pusteblumen und rot und was weiß ich was die alles für heilen Länderfarben haben also wenn ich so nach hinten schaue sieht es schon aus wie in den Rückspiegel naja was da fiel gleich wieder mit diesen Raps davor hätte ja hab ich ja noch mal proben naja offen wir diese Kurve oder schaffen die gleich aus aus meinem Traktor zieh ich mich nackig aus dann bade ich da drin fällt anzünden dann raufs gut nein ja das bringt bei raps nicht wirklich viel wie soll ich einen Raps rauchen oder was ja warum nicht raps rauchen kann ich ja gerade einen Teebeutel rauchen oder sowas machen sie auch pass mal probieren alter der Helfer hat gerade mal 1% verbraucht bei Feld 12 ja sorry jetzt sollte er es mitnehmen das müsste gleich der Hänger eigentlich voll sein hier na schaut's aus weiter aber da haben wir noch einen dritten wie viel hast denn schon überhaupt die insgesamt insgesamt 69% das ist ja voll ja und wieviel tausend sind das 105.000 hab ich jetzt 106.000 ne und Raps gibt es nicht zur Zeit bitte Raps selber gesetzt gut 2 2 2 5 2 5 Exporthafen 2 5 am Bahnhof 2 2 nicht mehr zum Exporthafen zum Exporthafen zum Exporthafen wall falsch mir ist gerade was eingefallen Exportshafen ihr müsst mich dann erinnern ihr sagt einfach Videobeschreibung wuat ihr müsst mich dann an etwas erinnern wenn ich es vergesse Ane Dicht oder Wat joa deswegen einfach Videobeschreibung schreit hast du gesopfen oder wie du hast kaputt Was? Du hast wohl zu viel an Schwertis Medizin genascht? Alter, was machst denn du da für'n Scheiß? Ähm, Raps Barmhof 2-2 Export Raps? Was ist denn Raps, oder? 2-3 Hafen Ey, jetzt machst du aber nicht kaputt da vorne Ich gleich kaputt Ja, ne, es lohnt sich am meisten der Export haben auf jeden Fall Ja, auf alle Fälle So, warum fahr ich eigentlich so langsam? Das, mein lieber Neilauf Das, mein liebes Sch***chen Weiß niemand Schwelft ihr auch ab da, ne? Da kommst du nicht drum herum So dick, gell? Ey, warum schwelft ihr? Schwelft ihr da vorne Eben, da vorne Aber hier hab ich vorhin bei der Wendung was stehen lassen Oh Sind wir nochmal mit beim Wendekreis Ich hätte können so, so ne Kamera, die ich weiter raus fahren kann Mach weg! Fah! 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 Fah in dich rein, ich sag's dir Wieso, du passt schon längst vorbei, aber lass mich hier Boah! Bisschen weiter! Na vorne, na vorne! Da fährt der Milch, der ich weiß. Ja! Milch, das tut der Mutti gut, wenn's der Papier dringend tut! Na vor, ey! Ja, meine... Ich hab mir direkt ein RAW vor meiner Kamera, weil das alles so... ... zu lang ist mein Pferd hier. Lang ist mein Pferd hier. Das ist ein kleines Ding, ne? Ich geh mal ein bisschen rüber, glaub' ich, sonst eck ich hier von der Claire an. Bist du leer? Nee, noch nicht Kanter. Jetzt. Soll ich jetzt schon wegfahren, oder soll ich nur... Nee, ich fahr doch das nächste Feld mit, oder? Ja. Mach das wenigstens voll. Das nächste ist auch groß dann, ja. Dann fahr weg. Ich hab im letzten Hänger nix drin. Na dann. Ich hab noch fün... oh oh. Ich hab noch 25 Prozent. Jaja, der Klo. Das haben wir jetzt alle gesehen. Ja, das ist nicht schlimm. Also, die können ja gerne mal vergleichen zwischen dir gestern und mir heute. Können dann mal sagen, was hier am Preis ist. Ja und, ich bin ja froh, ich darf das. Passt das? Passt das? Ja ne, ein bisschen. Oh nein, Lord. Da kommt er, der Klo, da kommt er. Äh, warum fährst du nicht? Ja, wenn du so langsam fährst, ich will ja hier nicht mehr eine Stunde brauchen. Äh, ich fahr mit Stufe 2. Ich auch, aber auf 16,9 kmh. Ja, du hast den stärkeren Schleppmanellert. Wahrscheinlich. Ich hab's auch anders eingestellt, als sie. Ja, wirst du tust denn so irgendwas? Wir wissen, dass anders eingestellt. Aber komischerweise passt es hier hinten, also da vorne ist es da hinten ins Schräg gekommen. Ja, wir haben jetzt inzwischen Feld und Wiese langbrücken. Beim Hänger, das ist natürlich auch super toll. Ich schräg gekommen. Nein, auf deiner Seite. Tadaduamll. Tadadadam, Tadadam. Ich sehe nix. hängt der welchem Wagen an unseren Dings fest oder schaut das so aus? scheint so, der hängt an unserer Beinabladestelle fest echt? ja, der hätte das Wetter nach hinten stellen müssen was, wieso sollen der da festhängen? weil nicht um die Kurve kommt wo hast du gesagt, sollen die da hinten stellen? ja, hab mir gewusst dass der da so knapp um die Kurve fährt ein Stück nach hinten ein Stück nach hinten hätten wir stehen komm, fährt doch muss ich weiter rein fahren nö, 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 nö ich fahr gerade ich fahr gerade ja, das sieht man hier so zack zack überall ich hab bis jetzt immer gut gesehen wenn man weiß dass die Einzige denn schon da ist deswegen hier ne zacke, da ne zacke hmhm muss ich ja auch schon wieder zacken rein fahren damit ich sie mitnehmen kann hier vorne hatten wir auch noch eine hier vorne hatten wir auch noch eine klar wieder sogar okay jetzt mauerst du mal joe joe jetzt hat's mal kurz bei mir gehangen hier ui gehangen mit gehangen mit gefangen jetzt wird sich verarschen oder? ne, ich mach nur so jetzt fährt der so ich dreh extra da hinten ich hab extra ein bisschen größer gemacht damit du dann leichter um die Kurve kommst hab nie mal gedenkt gedocht ah ne, 21 kmh sind zu schnell für die Maschine ooooo ah, ich hab grad mal geguckt wie schnell ich fahren darf weiter vor, 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 vor vor weiter ja, ey muss erst mal aus dem Pool schon kommen hier so, ja Geschwindigkeit halten 10 kmh ich hab gesagt Geschwindigkeit halten 10 kmh ich hab gesagt Geschwindigkeit halten 10 kmh ah du eine scheiße du eine scheiße du eine scheiße du eine scheiße könnte ich dauert aber zu lange bis du hier fertig bist ja ja von von weiter von schadenstechnisch ist die die hat gestern alles kaputt gefangen ich will mir den schaden hier so angucken du das war schon als ich rein gestiegen bin Das hätte ich jetzt auch gesagt. Da war's so. Alter. Das macht auch alles kaputt. 86% hab ich. Alter, nein, Lord. Was regst du dich auf? Fahr den, aber dann werde ich weg, ja. Jetzt dreh dich mal hier, du scheiß Anschneidding. Guck mal. Was wüsst'n du denn? Eigentlich, ich war schon wieder zu schnell. Jetzt Aufford auf fünf Krok 3. Geben dich. Ja, tue ich auch. Senken, mit'n bisschen blockieren. Warte. Warte. Oh Mann, ey. Wo soll ich jetzt hin? Zum Expode Harps? Ja. Ja, ganz da hoch, Alter. Die Procure ist gegenseitig. Ja, das ist aber manchmal schwer einzuschätzen. Erstmal das hier, was hier vorne jetzt stehen geblieben ist. Aber die letzte Bahn ziehe ich gleich. Schranke auf, schranke zu. Schranke zu. Schranke zu. Schranke zu. Viel zu. So, hier an unserer Plakate-Stelle ist auch was stehen geblieben. Schranke zu. Sonne auf, Klo rein, Sonne zu. Mein Grundstepper ist gerade am schaden Techno-Beat. Boah, Alter, wie schiebt das von hier hinten? Bist du Deppert? Bist du Deppertee? Wo ist der Vogel? Ja. Ja, dann werden wir jetzt bald reich werden, oder? Ja. Ich glaube, da ist noch jemand anders bei mir im Internet drin. Ah, das hatte ich auch ein Gefühl. Jawohl. Irgendein Virus oder sowas. Ein Würmchen. Eingehackt. Ein kleines Würmchen ist aufgetreten. Ach, du kacke, Frau am Steuer. Ungeheuer. Frau am Steuer, das wird teuer. Das sowieso. Ach, ja. So, da wollen wir noch mal gucken hier, ob wir mal ein Porno finden hier auf meinem kleinen Bildschirm rechts. Ey, da musst du wieder ein Porno gucken, ich kann auch mal gucken. Ach, da ist auch noch was. Ne, du darfst nicht. Schwarz-Weiß. Mit Gelb. Ja, okay. Schwarz-Weiß. Ja, bei mir stehen... Bei mir stehen ein paar Zahlen, aber... Aber Frauen sind gar nicht zu sehen. Das kostet alles nur. Ja, Frau. Wo seid ihr? Ja. Alles zu zahlen hier ist langweilig. Zahlen kann ja jeder. Oh, meine Fresse. Jetzt schleppt das Ding hässlich. Mein Dolly hier hinter meinem Schlepper, der macht auch was der gerade will, glaube ich. Oh, 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 oh. Dolly. Toll bin ich. Dolly. Dolly Buster. Choo-Choo, Roadtrain. Boop. Warte mal. Das ist Ice-Ttrain finde ich voll cool. Wenn die da mit ihren schweren Lassen dann irgendwie das Eis fahren und so. Der Ice Road Trucker. Hm, genau. Ice Road Trucker. Deiner der Gefährlichsten Berufe. Ja. Ja. Das ist wahr. Alter, stell dir vor, du fährst auf einmal bricht das Eis ein. Was in Arschkarte. Die Chance hat das Eis eigentlich sehr gering, aber... Ja, ne Zackel. ja schon langsam fahren weil sie hier so viel schon fertig wieder da oder was werde ich ja ausgebremst welcher idiot hat er eigentlich gepflegt immer schon schöner machen können er überholen darf man nicht wenn ich ja wohl egal der überholt mich rechts überholen ist verboten aber nicht links überholen jetzt kräft er hat noch gar nicht reingeln ja genau halt ich muss sagen was willst du jetzt wo ist denn der Klo unterwegs jetzt beim Export haben jetzt gibt es Kohle da obenrum was haben wir denn eigentlich aktuell ich darf ja nicht nachgucken ich kriege ja kein Passwort das ist ja so schwer wüsste nicht ob es schwer ist oder nicht und selbst wenn deswegen weiß ich ja nicht aber ich bin jetzt böse ich hab Durst dann sauf dich an ich will money also 20 Minuten haben wir schon ich habe gar kein Teil mehr gestellt ich wollte einfach jetzt machen bis wir keinen Bock mehr haben du bist aber der Einzige der es noch macht ich kann jetzt hoffentlich sehen ja ja der eine der macht hinten die Logo auf der andere Hänger der kippt der hat eine Hydraulik und kippt so hoch oh man oh man oh man ich will doch mal die kleinen Hänger holen gehen ne ne jetzt den letzten Hänger am abkippen ich muss immer da begutachten weil alles in Ordnung ist nicht beim Schlepper ne beim Metersch nicht das abfackelt genau dass der bei mir mitfahrende Runde im Druck jetzt fangt sich ja gleich an zu hageln schalt mal doch Zeit runter dabei so jetzt bin ich leer hat sich denn gelohnt 554 ja nicht schlecht 300.000 zirka ja da geht sich ja dann ein schöner Maisexler aus ja bis wir haben jetzt nicht gleich Maisex gesät und so eine schöne 3 Meter Sehmaschine vermüllt ja aber ne keine 3 Meter 30 Meter 2,5 für Nylord dann passt das ja ok damit bin ich zufrieden so lange ich die größere mal hab wie Nylord dann passt alles dann würd ich sagen war's das für die Folge oder? das schon? nee bin dagegen ja schön dann musst du das nur alleine machen gut ja würd ich mal sagen das war's genau grüß mit tschüss oder tschüss 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 Vielen Dank.